Leute, absolute Breaking News hier auf den Kryptomärkten. Gestern Abend, kurz vor Wochenkerzenschluss in Bitcoin, gibt der Binance CEO CZ bekannt, dass sie aufgrund neuer Enthüllungen, die ans Tageslicht gekommen sind, sämtliche Bestände an FTT, der native Token der Kryptobörse FTX, abstoßen werden. In Gänze handelt es hierbei um einen Bestand im Wert von über 500 Millionen US-Dollar. Und jetzt halte ich fest, das entspricht aktuell einem Sechstel der gesamten Marktkapitalisierung des FTX Tokens. Und im gleichen Zusammenhang bringt hier CZ noch einen Vergleich zum Ökosystem von Terraluna. Was das zu bedeuten hat für FTT, für FTX und für den gesamten Kryptomarkt, das erfährst du hier im Krypto-Wochenausblick. Und natürlich gehen wir auch kurz auf die Gerüchte einer potenziellen Insolvenz von FTX und Alameda Research ein. Ebenfalls bekommst du natürlich einen klaren Ausblick für diese Woche zu Bitcoin und Ethereum. Was sind die Level, die du hier für diese Woche auf dem Schirm haben musst? Und last but not least bereite ich dich natürlich auf die 5 Dinge vor, die wichtig werden für uns Krypto-Anleger. Möchtest du das nicht verpassen, unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und wenn du es in Zukunft nicht verpassen willst, jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading-Tag rein starten möchtest, dann empfehle ich dir zu 100%, lass gerne das kostenlose Abo da, werde Teil der Community, aktiviere die Glocke, stell sie auf alle, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ein Video online geht. Und last but not least den Like-Button smashen, denn dann können wir rein starten mit dem Content. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für den geisteskranken Support. Hier auch auf dem letzten Video über 2000 Aufrufe, über 40 Abonnenten gestern dazugekommen. Herzlich willkommen an jeden Einzelnen, der neu dazugekommen ist. Und wir starten jetzt rein. Schauen wir uns kurz mal die letzten 24 Stunden hier auf den Kryptomärkten an. Wir starten alles andere als positiv hier in die neue Woche, aufgrund auch dieser News, Freunde. Minus 1,72% schrumpfen wir in der Marktkapitalisierung, stehen weiterhin über eine Billion, um exakt zu sein, 1,03 Billionen US-Dollar. Für Bitcoin geht es unter 1,36%, wir stehen unter 21.000 US-Dollar. Für Ethereum 2,2%, wir stehen unter 1.600 US-Dollar. Die nächsten interessanten Einstiegslevel für einen kurzfristigen Trade bekommst du natürlich an die Hand. Und natürlich korrigieren auch sämtliche Altcoins an dieser Stelle. Ganz wichtiger Hinweis, heute Abend in der Primetime auf der Crypto Wall Street gehen wir wieder sämtliche Altcoins deiner Wahl durch. Steuere mir gerne deine Analysewünsche in die Kommentare ein. Ganz wichtiger Hinweis, die Primetime wird nicht um 20.30 Uhr stattfinden. Nein, ich habe heute Abend noch Training. Sie wird wahrscheinlich um 21.00 Uhr-21.15 Uhr starten. Aber dazu noch mehr. Und jetzt, Freunde, lasst uns gar nicht um den heißen Brei reden. Lasst uns direkt in diese brisanten News reinspringen. Let's go. Was ist jetzt genau passiert? Es startete gestern Nachmittag um 16.47 Uhr hier auf Twitter mit einem Tweet vom Binance CEO CZ, der noch einmal verdeutlicht hat, dargelegt hat, dass letztes Jahr Binance ausgestiegen ist aus FTX Equity und dafür 2,1 Milliarden US-Dollar in Form von Binance US-Dollar und FTT, dem nativen Token der Kryptobörse FTX, erhalten hat. Und jetzt aufgrund neuer Enthüllungen, die ans Tageslicht gekommen sind. Wir haben keine Bestätigung für diese Enthüllungen. Es sind gerade aktuell nur Spekulationen. Da einmal nur dieser Disclaimer. Entschieden wurde, dass sie ihren gesamten FTT-Bestand abstoßen werden. Ich bin eben kurz schon darauf eingegangen. In Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Warum? Wieso? Weshalb? Es gibt noch keine bestätigten Gründe, Freunde. Es gibt nur Gerüchte. Eine Aussage von CZ selber. Sie unterstützen keine Leute, die hinter ihrem Rücken Lobbyismus betreiben beziehungsweise Backstabber sind, in anderen Worten, um es zu verdeutlichen. Diese 500 Millionen entsprechen gerade aktuell ein Sechstel der gesamten Marktkapitalisierung von FTT. Die liegt bei knapp 3 Milliarden US-Dollar. Was ein Abstoß in dieser Höhe bedeuten würde für den FTX-FTT-Token, brauche ich euch glaube ich nicht zu erklären, Freunde. Ein Sechstel der gesamten Marktkapitalisierung, wenn diese auf Gänze oder in Gänze abgestoßen werden, auf einen Schwung, doch hier beruhigt erstmal CZ, dass sie versuchen werden, den Market Impact so gering wie möglich zu halten und deshalb diese Verkäufe über Monate hin hinwegziehen werden. Hier ein Post von Whale Alert. 23 Millionen FTT-Token im Wert von 584 Millionen US-Dollar wurden von einer unbekannten Wallet hin zu Binance transferiert und hier bestätigt CZ noch einmal, ja, das ist Part des Ganzen. Und ebenfalls in einem weiteren Tweet vergleicht hier CZ aktuell diese Situation indirekt mit dem Terra Luna Ökosystem. Man sagt, man hat von Terra Luna gelernt. Es ist letzten Endes ein Post-Exit-Risk-Management, also nach dem Abzug aus FTX-Equity ist es hier letzten Endes eine Risikomanagement-Maßnahme und sie werden, wie eben schon gesagt, keine Leute supporten, die hinter ihrem Rücken letzten Endes Backstabbing betreiben, Lobbyismus betreiben. Harte Anschuldigen gegenüber FTX, FTT und Sam Bankman-Freed. Wir haben noch keine Bestätigung für diese Gerüchte. Es gibt aber immer wieder letzten Endes in der gesamten Crypto-Community Leute, die Sam Bankman-Freed und seine gesamten Vorhaben stark kritisieren. Und jetzt kommen auch noch Gerüchte einer potenziellen Insolvenz hinzu. Es betrifft nicht direkt FTX, Freunde. Lasst euch von diesen Headlines nicht immer täuschen. Aber FTT erleidet dadurch einen 10-prozentigen Kurseinbruch, den wir gerade gesehen haben. Es handelt sich hierbei um eine weitere Company, die geführt wird von Sam Bankman-Freed. Alameda Research, die ebenfalls immens viel Geld in Gänze, 14,6 Milliarden US-Dollar in der Kasse haben, die aber nicht liquide vorliegen in Form von Token, die letzten Endes auch noch gelockt sind und die eventuell beliehen wurden. Und aufgrund dieser gesamten Kryptomarkt-Bärenmarkt-Krise aktuell sind wir ja stark im Bärenmarkt, dass hier aufgrund dieser Beleihung hier potenziell eine finanzielle Schieflage eintreten könnte. Ist noch nicht bestätigt, ist nur ein Bericht. Wir müssen definitiv Ruhe bewahren. Nichtsdestotrotz, Freunde, sind das sehr, sehr krasse Anschuldigungen gegenüber FTX, FTT und Sam Bankman-Freed, die soweit erstmal nicht außer Luft gegriffen sind, Freunde. Es gibt immer wieder, sage ich mal, neue Reports dazu. Müssen wir in einem späteren Video mal im Detail darauf eingehen. Nichtsdestotrotz, was hat das jetzt natürlich ausgelöst hier auf dem Kryptomarkt? Erstmal starten wir natürlich negativ in die neue Woche rein. Ihr seht, Bitcoin steht bei 20.800 US-Dollar und wir haben tatsächlich hier damit den Tageskerzenschluss unterhalb des Freitagstageskerzenschluss hier gesehen. Freitagstageskerzenschluss 21.150, Tageskerzenschluss am Sonntag bei knapp 20.900 US-Dollar. Wir haben noch eine leichte Gap vorhanden und wenn wir uns das einmal kurz in den Weekly-Chart reinziehen, haben wir auch zuletzt immer wieder darüber gesprochen, sehen wir, dass wir dadurch noch einmal deutlich runtergedrückt worden sind von der Wochenkerze her. Klar, wir haben überhalb des kurzfristigen 20er-SMAs endlich mal wieder geschlossen. Das erste Mal seit dem 4. April 2022, über ein halbes Jahr lang, haben wir das nicht mehr gesehen. Doch wenn wir uns diese Kerze einmal anschauen, dann ist das so ein halbschwangeres Ding, Leute. Das ist für mich noch keine klare Bestätigung, dass wir hier diesen Support, in diesem Fall Vorstand oder vorher Widerstand des 20er-SMAs zurückerobert haben. Wenn wir das Ganze auch in Verbindung setzen mit dem Volumen, dann sehen wir, dass das jetzt nichts Weltbewegendes ist. Allein diese Volumenkerze ist schon deutlich viel mehr Volumen drin gewesen. Klar, nimmt das Volumen gerade wieder zu. Aber ich würde hier aktuell vorsichtig sein, Freunde. Denn sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, dass hier potenziell Alameda Research insolvent geht, davon natürlich auch stark betroffen, FTT, FTX und was vielleicht dann noch in den Kellern so rumschlummert, dann könnte das natürlich diesen letzten Gnadenstoß hier für den gesamten Kryptomarkt auslösen. Deswegen, Freunde, hutsam bevorgehen. Hutsam. Seid vorsichtig. Langfristige Level. Natürlich sollte es zu diesem finalen Abverkauf nochmal kommen. Immer noch. Definitiv hier in der Waagschale ist, sprechen wir gleich auch untergeordnet drüber, sind die Level 17.666 runter bis 17.240. Da liegt mein nächstes langfristiges Einstiegslevel hier für Bitcoin, für eine langfristige Positionierung, wo ich weiter DCA, Dollar Cost Averaging betreibe, um meinen Durchschnittspreis zu drücken. Danach 14.800 US-Dollar. Und das absolute Worst-Case-Szenario anhand der letzten Bärenmärkte, wenn es genauso läuft wie die letzten Bärenmärkte, Freunde, sind wir bei 11.800 US-Dollar. Springen wir jetzt in die untergeordneten Timeframes rein, um zu gucken, was heute noch drin ist. Wir haben letzte Woche den 100er SMA in der Daily nach oben hin gebrochen, positiv. Golden Ratio gebrochen, positiv. Wir sind letzten Endes jedoch noch an der 66.7er hängen geblieben. 21.250 und hier kriegen wir aktuell die Rejection rein. Wir kommen in Richtung des 100er SMAs. Wir sehen einen potenziellen Retest, den sehe ich heute auch. Was kommt hier dann ebenfalls noch mit rein, Freunde, untergeordnet? Kommt der 50er SMA in der 4-Stunden-Chart mit rein? Also definitiv dieses Level 20.720 kurzfristig im Blick haben. Warum? Haben wir auch gestern noch einmal gesprochen. Aufgrund der Strukturen, die wir hier gebildet haben, diese massive Potenziale, die wir aufgebaut haben und aus meiner Sicht dieses Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Ich sehe dieses Potenzial ausgeschöpft bei 22.000 US-Dollar. Rechne ich damit, dass wir noch einmal kurzfristig einen Bounce genau in diesen dunkelblauen Level reinbekommen, über das wir gestern gesprochen haben. 20.753 ist für mich ein ganz, ganz kurzfristiges Level für eine kurzfristige Reaktion, für einen kurzfristigen Bounce, den ich sehr, sehr, sage ich mal, eng manage. Sehr, sehr klares Risikomanagement. Ganz klarer Stop-Loss, knapp unter der Marke von 20.516 US-Dollar. 20.400 US-Dollar. In der Erwartungshaltung, dass wir hier noch einmal herausreagieren, Kraft schöpfen, diese Ziellevel-Überschneidungsbereiche von bullischen Targets übergeordnet in Türkis, springen wir kurz einmal nochmal rüber und schmeißen die SMAs wieder aus, dann sind das diese Strukturen, bullische Strukturen in Türkis mit Überschneidungsbereichen unserer kleinen internen Strukturen in Grün. Wir haben darüber gesprochen, schau dir unbedingt die letzten Videos an, dann hast du da auch das klare Verständnis dafür. Das ist soweit erstmal der kurzfristige Plan, den ich hier sehe. Ein längerfristiger Plan, der diese Woche definitiv nicht außer Reichweite ist. Warum, Freunde? Wir haben definitiv noch sehr, sehr wichtige Wirtschaftsdaten reinkommen in dieser Woche. Also es ist eine sehr, sehr heiße Woche, was gerade aktuell passiert. Ja, letzten Endes mittelfristiger Plan. Mein Re-Entry-Level im BC-Korrektur-Level hier bei 19.835 runter bis 19.284. Sollte dieser kurzfristige Entry hier nicht greifen, der Markt durchrauschen, positioniere ich mich in dieser Range erneut long. Sollte dieser Trade aufgehen, der Markt nach oben ziehen, unsere Ziel-Level finischen, passt das viel, viel schöner ins Gesamtbild der Struktur. Das Potenzial ist ausgeschöpft und dann rechne ich aller spätestens mit einer nächstgrößeren Korrektur, wo wir uns natürlich dann ebenfalls neu positionieren können. Das ist soweit jetzt aber erst einmal der kurzfristige Fahrplan hier für Bitcoin. Springen wir rüber zu Ethereum und kommen auch dann gleich zu den Wirtschaftsdaten, warum es ebenfalls noch brisant wird. Es wird wahrscheinlich wieder einen Katalysator in dieser Woche geben. Schauen wir uns aber kurz nochmal Ethereum. Klar, deutlicher Bullish. Wie gesagt, letzte Videos unbedingt anschauen. Ganz komplette Transparenz hier auf der Crypto Wall Street. Kannst alles in Gänze noch einmal nachschauen. Klare Bullische Strukturen, klarer Bullischer Impuls. Und mit jeder Korrektur haben wir darüber gesprochen. Sollte die eingeleitet werden, werde ich mich long positionieren im Gesamtkorrekturlevel dieser Aufwärtsbewegung in der Range von 1.435 runter bis 1.353. Daran hat sich nichts geändert, Freunde. Untergeordnet haben wir keine bärischen Strukturen, die letzten Endes dieses Kauflevel widersprechen. Von daher, hier ist der Fahrplan ganz klar. Schauen wir uns zum Abschluss jetzt nochmal die fünf Dinge an, die für uns Anleger aus wirtschaftsdatentechnischer Sicht interessant werden diese Woche. Neben dem ganzen FTX-Drama. Und auch nochmal expliziter Hinweis, keine Sorge, über sämtliche Altcoins sprechen wir heute Abend in der Primetime hier auf der Crypto Wall Street. Um 21.21 Uhr gehe ich live und da werden wir sämtliche Altcoins deiner Wahl beleuchten. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was wird relevant. Und da ist ganz klar im Fokus, Freunde, markiert es euch rot im Kalender. Am Donnerstag die US-Inflationsdaten. Um 14.30 Uhr ist es wieder soweit. Der Verbraucherpreisindex in den USA wird released. Und ganz wichtig, das ist wirklich die Marke, an der sich die Federal Reserve ganz klar mit der nächsten Zinsentscheidung ranklammert. Aktuell ist die Headline-Inflation leicht zurückgegangen. Wir sehen es hier in diesem Chart. Previous 8,3%. Zuletzt 8,2%. Über die Monatssicht ist sie gestiegen. Schauen wir uns das hier einmal von der Prognose her an. Aktuell wird ein weiterer Rückgang erwartet in der Headline-Inflation, Year-over-Year auf 8%. Nichtsdestotrotz schauen wir uns die monatliche Rate an. So ist diese weiter am Steigen prognostiziert. Sollten diese Daten höher ausfallen, hoch ausfallen, negativ für sämtliche Märkte. Hier, warum? Weil es dann natürlich für die nächste Federal Reserve Zinsentscheidung in knapp 37 Tagen weiterhin großen Spielraum gibt, für die Federal Reserve die Zinsen anzuziehen. Denn, wir haben zuletzt darüber gesprochen, die Wirtschaft in den USA ist weiterhin robust. Was viel, viel wichtiger ist, Freunde, ist die Kernrate. Also die Rate, die letzten Endes Lebensmittelpreise und Energiepreise aus der Inflationsrate herausrechnen. Die sind hochvolatil. Die ist zuletzt, schauen wir uns das auch noch einmal an, noch mal gestiegen, Freunde. 6,3% auf 6,6% und prognostiziert wird letzten Endes ein leichter Rückgang auf 6,5%. Auch monatlich gesehen, soll 0,1% diese verringert werden. Ganz, ganz wichtig, dass diese Zahlen nicht hoch ausfallen. Denn dann hat die Federal Reserve weiterhin eine Schraube an den Zinsen zu drehen. Sollte ein klarer Rückgang hier in den Verbraucherpreisdaten, Indexen, Inflationsdaten herauskommen. So spricht das erstmal für eine positive Entwicklung in dieser Woche für die Märkte. Jedenfalls auf der Agenda stehen noch die US-Zwischenwahlen am Dienstag. Und hier sind aktuell die Republikaner vorne. Wobei geht es hier um die Kontrolle über den Kongress und die Agenda von Präsident Joe Biden für die kommenden weiteren zwei Jahre Amtszeit. Sollten die Republikaner in den Kongress einziehen, können die Demokraten nicht mehr das frei umsetzen, was sie möchten. Es gibt sozusagen eine Doppelregierung, was positiv ist. In den Zeiten, wo es dazu kam, haben die Märkte positiv performt. Ansonsten brauchen wir uns über Republikaner, Demokraten nicht weiter zu unterhalten. Da hat jeder seine eigene Meinung. Ansonsten noch ein paar Nebenwerte. China-Daten, Inflationszahlen, Handelszahlen und Kreditdaten aus China. Und letzten Endes das britische BEP, was voraussichtlich weiter schrumpft und somit auch hier Great Britain in eine Rezession reinrutscht. Das soll es erstmal gewesen sein, Freunde, für den Krypto-Wochenausblick. Mich würde es für mega interessieren, was du zur aktuellen Situation rund um FTT, FTX hältst. Natürlich hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Falls es dem so ist, unbedingt den Like-Button smashen. Und falls du noch nicht Teil der Krypto-Wallstreet bist, dann werde es einfach kostenloses Abo dalassen, tagtäglich von frischen, brandaktuellen Analysen, Trade-Ideen, Trade-Setups und solchen Livestreams wie heute Abend profitieren. Ich freue mich drauf. Wir hören und sehen uns später. Bis dahin. Ciao, ciao.